Ja und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ja, wir sind hier kurz vor dem Finale, glaube ich zumindest, aber es müsste eigentlich sein. Wir machen jetzt noch mal eine Long Rest, damit wir hier mal diese Torheit da wegkriegen und dann aber da mal reinlaufen. Ist ja bestimmt super. Also, ab zum Lager. So und einfach mal schnell abenden. Yes. Oh, da ist er ja. In the case of our friend Yurgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. He returned to me chastened but intact. His wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him. But he has his uses, so instead I am reeducated. Uh-huh. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. Yeah. As you wish. Brace yourself, Astarian. We're about to unveil your destiny. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Cazador Czar. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony. Very elaborate, incredibly ancient and entirely diabolical. Cazador Cazador. If he completes the rite, he will become a new kind of being. The vampire ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified. And alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him. And unlike Astarian, he will have no need of a A parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price. As all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls. Including all of his vampiric spawn. If he is to ascend. Imagine how he felt then. When one of those precious spawns Cazador has simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarian. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death. Bringing Cazador his twisted life. And that my tragic and toothsome friend is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Gut. Cazador sollte ihn vielleicht nicht erwischen. Hm. 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 The idea definitely has appeal. I could get rid of the worm in my head and still walk in the sun. I'd finally be free of the hunger. And if I'm the key to this deal of Cazador's, perhaps I can turn this to my advantage. I need to take the fight to him. And I need you. To help me. Hm. 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 I need to go out of the world. Wobei es, ich frage, wie fern wir das lösen, wenn wir dann selber die Kontrolle drüber haben. Ich laufe kann halt tolle Sachen, ne? Ja. Ja, nicht das beste Gespräch. Na gut, können wir mal schlafen. Wie man das... Wer denn? Wer... Achso, Astatio. Obwohl ich gar mit dem gequatscht hab. The way she'd leered at me. The blood merchant. I can't get it out of my head. It isn't like me. Not like me at all. I was being too... precious, wasn't I? We could have used her potion. A moment of unpleasantry doesn't matter if there's a fine reward. I should have just gritted my teeth as always. And let her... Have me. For a bit. Mm-hmm. 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 There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Huh. And when you've been through all I have, you damn well are going to fight with what few assets the gods give you. But a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. I am too pretty. I am too pretty. You're right. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. It should have been so easy to let the drow use me for her fantasy. But perhaps, uh, you showed me I have enough strength. I don't need to. I can stop using myself. Stop being used. It isn't worth the scars anymore. Gut. Mm-hmm. Hätten wir das. Ah, ich weiß nicht. Er wird mir immer sympathischer. Also. Einmal schlafen, bitte. Und dann. Wird's langsam interessant mit den Vorräten. Oh. Alter. Sie hat Probleme. Also. Lager verlassen. Sollen wir die sagen. Tun wir nochmal speichern. Oh. Mm-hmm. Ja. Ich glaube nur 10. Fuck. Ah, wobei. Okay. Hätten wir das. Ähm, Schattenherz. Wie weiß. Du stehst doch auf das Zeug. Geh du mal vor. Wegpunkt. Wer redet denn da? Schattenfelleingang. Madengabe. Hm. Haben wir hier noch Tränke. Wir müssen in den Vasen... Kaum was drin. checkt. Nein. Keiner einzigen. Die war sie hier. Okay. Dann. Mal schauen. Das muss sein, der letzte Schritt. Ich brauche zu beurteilen. Nur von Lady Shahrsgrace haben wir es so weit gemacht. Nichts. Shadowheart weitergeht ihr gebeten in silence. Ja. Ganz schlechtes Gefühl dabei. Auch so you hope. Wirklich fortfahren, je nachdem... Hm... Da passiert also was Schlimmes. Weißt du was? Dann machen wir zuerst was anderes. Und zwar das mit dem infernalen Herzen. Ähm... Lager, 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 Lager. Moin! Man denkt, was das eigentlich für ein mega Umweg ist. Einmal da hingehen und dann wieder retour. Wo ist denn der Dude? Da ist er ja. Ich hab das für eine Erinnerung, das ihr erwähnt habt. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Wie er das letzte Mal erwähnt hat. Das ist das, was das letzte Mal erwähnt hat. Du musst es sich selbst installieren. Das sollte das Ding machen. Was hat das funktioniert? Was hat das funktioniert? Was hat das funktioniert? Wo, wer verbrennt nicht? Du fühlst so nett. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Danke. Was ist jetzt? Es ist zu kohlen, wie die in dir. Du musst zurück in Avernus zurückkommen. Für gut. Oder diese Sache wird dich aus der Mitte rauskriegen. Und schneller als du denkst. Als ich mich zurück in Avernus setze, Zarya wird mich zurückgekehrt. Ich mache sie wieder wieder. Ich würde lieber sterben. Ich verstehe das. Aber nicht das alles. Ich verstehe das. Der Welt wird einfach besser mit dir. Auch in Avernus. Ich werde nicht weiterentwickeln. Aber bei diesem Moment, ich denke, wir alle müssen die Inevitable. Hmm. Du hast meine Meinung. Danke, Dammon. Wirklich? Du hast mir mehr gegeben, als ich zuerst bezahlen konnte. Es war mein Glück. Gute Glück. Beide von euch. Schau nach dir. Okay? Okay. Ich dachte, das wäre jetzt das Final gewesen. Den ist dann wohl nicht so. Schade. Gut. Immer mal mit dir. Ja. Das ist der beste Tag. Der beste Tag. Der beste Tag. Da steige ich jetzt ein. Da steige ich jetzt ein. Ja. 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 Ich gehe nicht zurück. Ich gehe nicht zurück. Wenn du sagst, ich könnte jetzt sterben, oder 1,000 Jahre in der Hellen leben, würde ich jetzt rausgehen, mit meiner Freiheit enttächtigen. Ja. 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 Ich bin jetzt nicht unter irgendwelchen Regionen. Ich habe die Macht, die jetzt wählen. Und ich werde das Wahl machen. Ich selber. Aber ich will nicht darüber sprechen, ich habe jetzt ein großes Gift gegeben. Ich kann die Leute, die ich liebe, für die erste Mal in eine Jahrzehnte. Und für die erste Mal in eine Jahrzehnte, haben Leute, die ich überlebt habe, alle rund um mich. Lass mich das genießen. Bitte. Hm. Ja. Okay. Hätten wir das. Fürs Erste. Das wird noch spannend. Ähm. Wie kommen wir jetzt da wieder hin, wo wir proben, da schauen. Wir proben, da schauen. Mal schauen, wo wir da landen. Ach, da. Können wir zu dem... Wo ist denn das eine Punkt? War das hier? Nee. Also hier ging's dann runter? Sprechen. Ich glaube, ich müsste wieder runtergehen. Am Rande des Schatten. Ist vielleicht... Ah, ja. Gut. Ähm. Speichern. Ja, das haben wir schon. Okay. Äh. Wo ist der Rest? Gut. Okay. Frau Schaar. Ich kann sie überall fühlen. Das ist ihre Domain. Das ist die Shadowfell. Du hast gut gemacht. Das ist besser, als ich dich mitzunehmen würde. Jetzt, schnell und schau mal an meine Masterpiece. Das ist die Darkladies Domain. Er ist hier nicht. Ja, ihn sollte man irgendwie loswerden, ne? Oh, sehr gut, dann. Meine Sincere Dankeschön. Geh nicht so ein Wettbewerb. Der General Thorne ist mehr wert, als eine Bauble. Jetzt geht's mit ihm. Versuch nicht, dass du deinen Fuß verletzt hast. Ich liebe dich, dass du eine gute Flasche verletzt hast, auf einer langen Verletzung. Im Oblivion. Er ist weg. Fürs Erste. Na gut. Äh, die Frage ist... Wie kommt ihr überhaupt voran? Ähm... Springen. Oh. Der Rest? Hallo? Äh, Gruppenverstecken ein. Aus. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Was ist denn jetzt nach oben? Wieso könnt ihr nicht immer alle auf einmal runterspringen? Gut. Hört ihr zu? Komm alle runter? Ja, geht doch. Wissen, meine Adoration. Okay. So, einer fehlt noch. Geht doch. Und einmal da runter. Zwei. Drei. Na, schaffen wir es nochmal? Äh. Nein. Weißt du, du wirst unbedingt runter. Warum springst du nicht? Tötet sie. Tötet sie. Tötet sie. Was ist das da? Jeder Fall. Achso. Nummer zwei. Drei. Nummer vier. Geht doch. Äh. Von hier jetzt. Weg ist unterbrochen. Ähm. Na, schafft es den Rest? Ja, natürlich wieder nicht. Ah, das muss man selber machen. Babura schafft es auch nicht. So. So, Babura. Da bin ich auch unser. Süddele. Done. Hmm. 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 Ich habe mehr Schöne auf deinem Kopf. Aber meine Retribution wird alles besser für sie sein. All diese Zeit. Und du hast noch nicht geprägt, die Geschenke, die ich auf dich bestowte, Eilin. Es ist schade, zu sehen, eine Sache von Schönheit nicht zu erinnern, aber General Thorn, er geprägt dich. Und er möchte dich nah an der Hand. Also, ich bin hier, um dich zurück zu ihm. Ich bin Ketherick. Ich erhebte ihn, nach diesen 100 Jahren. Er, mit der Immortanzierung ich mit meinem Geist. General Thorn. Ich bin sicher, dass du dein bestes Verhältnis für ihn bist, aber nur in der Lage, ich habe ein paar Vorstellungen genommen. Bleib zurück. Es dauert noch ein paar Konzentration, um die Eilin für ihre kleine Reise zu erinnern. Ich glaube, das war jetzt der perfekte Moment, um ihn anzugreifen. Au. 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 Wisst ihr was? Wir werden mal untote vertreiben. Bzw. wir gehen mal ein bisschen... Hm. Ich krieg zwar eine gedatcht, aber... Probieren wir's. Sind ein paar weniger. Was machen wir jetzt schönes von Pi-Bi-Jungen? Hm. Hm. Ja, weißt du was. Gut. Nicht genügend Bewegungsrate, das ist schlecht. Was können wir sonst so zerbersten? Können wir noch machen. Da wären grad drei. Gut. Das geht sich nicht aus. Ja. Ähm. Match. Spannend. Ob wir das überleben. Tote beleben. Lass das Fleisch, der krillt schein hart werden, damit das durch nicht magische Hieberstiche auf halben Schaden. Gern. Ich will jetzt noch mal zerbersten. Boah ich beide vielleicht. Hm, 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 hm. Magierrüstung wär natürlich auch noch gut für uns. So, was machen wir jetzt hier schönes? So, richtig fett rüberspringen können wir ja nicht, ne? So ein Festhalten, alle Übelkeit. Ah, das hat nicht funktioniert. Könntest du... Wenn du jetzt so hingehst... Warte mal. Probier mal was. Geil. Das hat funktioniert. So, und jetzt kommt der ganze Rest dran. Ach, scheiße. Da hinten ist ja auch noch einer. Geil. So, scheiße. Ähm... Was machen wir? Was machen wir? Und Tote vertreiben wäre natürlich... was geiles. Ah, scheiße. Und ich bin tot. Ah, so ein shit. Was machen wir jetzt? Ich muss mal dran bringen hier. Ähm, 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 ähm... Kritischer Treffer. Ja, ich habe nicht mehr so viel. So, und mehr können wir momentan nicht machen. Ich habe Bewegungsrate, geht gar nichts mehr. Scheiße. Scheiße. Fünf bis... Ach du Scheiße, das wabbelt voll rein. Hm. Ah, das ist alles Mist. Ja, ähm... Ach, wir hätten auch Massenheilen, ne? Okay. Immerhin etwas. Wir müssten da halt... Okay, ich hätte viel früher aus dieser Todeswolke rausgehen sollen. Hm, 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 hm. Nee, kommt da nicht hoch. Okay. Zu bänden. Ja, das mit der Todeswolke ist jetzt richtig Mist. Wir gehen mal hier hin. Ja, das zwirbelt. Was haben wir denn hier? Geil. Gut, wir enden. Der ganze Rest. Hm, 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 hm. Okay, er ist unten. Geil. Geil. Wollte ich noch irgendwo einsetzen? Nee. Zu bänden. Zweimal tot. Ist ja geil. Scheiße. Shit. Alter, er ist fast tot. Gut. Hm. Das war schlecht. Yeah, da kommen noch mehr. Ja, genau. Ähm. Die Missionstür. Ist eine Aktion. Ich krieg die da nicht, ne? Ja. 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 Was ich erzählen kann. Kein Ziel. Fuck. Äh. Äh. So, dann wieder runter hier. Wollen wir mit dir noch was machen? Warum ist das so nah? Äh, Mann. Was ist denn das hier? Alles Blitzes. Shit. Mach ich ein Mistenfeuer? Schauen wir mal. Naja, immerhin. Zwei Schaden. Geil. Endgültig tot. Keine Kontrolle tot. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich glaub, ich lad das nochmal. Und mach den ganzen Kampf ein bisschen schlauer. Und wenn er vorbei ist, dann sehen wir uns bald wieder. Weil das läuft ja nicht so gut. Ich hätte auch zu dieser Todeswolke viel früher rausgehen müssen. Also. Banner Cut. Bis gleich. So, liebe Leute. Da wären wir wieder. Das ist mein zweiter Kampf. Und das ist jetzt ein bisschen besser gegangen. Bin da weggegangen. Und also den Overdude. Den hab ich richtig geilen Töne gehabt. Den hab ich da einfach runtergeschmissen. Also das. Ja. Hat sehr gut funktioniert. Jetzt hab ich nur noch einen. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein paar Mal ausgenockt worden. Aber ich konnte mich halt retten. Da war nur noch den Dude da. So. Er brent. Du kommst ja nicht da irgendwie in die Nähe von ihm, ne? Schauen wir mal. Okay. Wir haben's geschafft. Gut. Ich würde sagen, jetzt machen wir grad mal nicht Schwartfest. So. Nachtglied. Wir rennen mal mit dir. Ja. Okay. Balthazar has drawn his final rancid breath. Pity, it was not my hand that brought it about. Instead, it was you. You who have come to seek the praise of your wicked goddess. Du bist, du hast einen Dagger durch mein Herz gebracht. Nicht ein Dagger, ein Spear. Meine Frau Schaar. Ihr Geist ist mein Geist. Ich mach das. Der Geist, der du Geist ist dein eigenes. Zu sein ein Dark Justizier ist, um dein Herz aus alles zu verletzieren. Du wirst keine Liebe, keine Glück, nur Servitude. Until, of course, your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Night Song is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well. And her fate hangs in the balance. Ich weiß nicht. Ich frag nochmal nach. Mal sehen, wo das hinführt. Oh, well, 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 well. What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I. Empowered to kill the child of a god! Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child. Frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you, than you know. Whatever you think you know of me won't matter. Once I become who I'm meant to be. Hmm. Ich will wissen, was passiert. There it is. True death, at last. You are Sha's child, after all. And I am. I am. It is done. You have proven yourself. You have answered my highest calling. My chosen. My warrior. My dark justicia. No more hiding. Let me show you. Let all see how you have served me, Shadowheart. And how you have been rewarded. Uh-oh. Your pain is now your power. Wield it true. My church must be cleansed. You shall be my instrument in ridding it of the impure. Then you shall take up the mantle as its new leader. First, hunt down the traitor, Cetheric Thorn. He shunned my embrace. He let my armies be slaughtered. He used my domain to safeguard his wretched life. But now, without the night song, he is vulnerable. End him. In my name, Shadowheart. Let him see you in your splendor, before you shut his eyes forever. Once he is vanquished, Baldur's gate awaits. Your holy work will continue there, where you first learned of my embrace. Take up my spear again, and go forth. Let the cleansing begin. Finally! Through me, her will is enacted. Her shadows strengthen, and the darkness takes all. I am her chosen. Oh-oh. 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 That's where I am. Oh-oh. Oh! Hey! Wir sind eine echt böse Truppe. Ich weiß gar nicht, was böse ist. Ähm... Wir oder unser... Oberdude. Erstmal looten. Ja gut, da ist nix dabei. Schattenherz. Wie schaut's denn aus mit dem kleinen Gespräch? Mhm. Ähm... Ja, ich glaube, ich habe ein neues Problem geschafft. Ja, ähm... Nee, ich will mich besser kennenlernen. Ich will... Hmm... Gut... Ja... Okay... Ähm... Ja, okay... Wo geht es denn hier hin? Ich bin grad noch froh, dass wir... Ach, wir sind jetzt mal da draußen. Ich bin grad noch froh, dass wir das mit dem Herz noch gemacht haben, weil... Was ist denn da? Da oben, sehe ich grad, ist ein Sternreisepunkt. Da möchte ich grad mal kurz hingehen. Oh... Moment mal. Moment, 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 Moment. Ich will jetzt eigentlich keinen Kopf haben. Du, kannst du mal Licht machen? Und zwar mit... Wo ist denn das hin? Okay, sehr gut. Jetzt ist es wieder hell. Ähm... Wo sieht der Modus aus? Okay, alles ist gut. Ja, speichern. Ich würd sagen, äh... Für die Episode wär's mal gewesen. Ähm... War spannend. Hat's ganz schön in sich gehabt. Und, äh... Jetzt haben wir unseren Oberdude noch. Vorbei von der Kleinen. Sollten wir ja noch die Eltern finden. Das wär noch was für die nächste Episode. Jo... Wir sind ziemlich knallhart drauf. Vor allem... Das wird noch spannend, wie sie jetzt dann noch reagieren wird. Ja. Ich hab irgendwie Spaß. Hahaha. Also, bis denn dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Video. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020